Michi, was treibt dich denn auf die Inhorgenta? Der tolle Schmuck und die Show gerade eben, die ich nicht verpassen wollte in diesem Jahr. Abgesehen davon, ich bin auch beruflich da, weil ich die Podcasts für die Inhorgenta spreche, aber das nur nebenbei. Was war denn dein persönliches Highlight heute? Mir fiel es ein bisschen schwer, mich nur auf den Schmuck zu konzentrieren, weil wenn man natürlich so großartige Roben sieht, noch dazu getragen von so fantastischen Mädels, mir wären fast ganz normale Puppen lieber, die nicht leben und nichts anhaben, wo ich mich einfach nur auf den Schmuck konzentrieren kann. Aber ich habe für mich einen Trend festgestellt. Ich stehe offensichtlich nicht so auf Goldschmuck. Ich mag es lieber Silber oder Platin und ein bisschen Bling-Bling, aber nicht zu viel. Hast du für dich auch ein persönliches Schmuckstück gefunden? Mir hat man früher immer gesagt, Männer dürfen nichts tragen außer eine Uhr. Und damit habe ich es auch gehalten. Also ich habe für mich selber nur eine Uhr. Die trage ich seit vielen Jahren. Es ist immer die gleiche und ich liebe sie heiß und innig und würde sie nie im Leben hergeben und hoffe, dass sie auch nie kaputt geht. Und was passendes vielleicht für die Partnerin gefunden? Gesehen habe ich einige Inspirationen. Ja, wie gesagt, kein Gold. Und es muss natürlich was sein, was die Schönheit der Frau unterstreicht, aber nicht überstrahlt. Deswegen Bling-Bling dezent. Aber so ein schöner Ring oder eine Halskette, es soll nicht zu lang sein. Das habe ich auch gemerkt. Ich mag es eher gerne am Hals. Aber das aus Silber oder Platin, das sieht toll aus. Und dann noch so eine großartige Robe dazu und da kann nichts mehr schief gehen. Wie geht es bei dir beruflich in nächster Zeit weiter? Ach, ich bin breit aufgestellt. Ich mache nach wie vor Fernsehen. Wie in Bayern, jeden Tag, Viertel nach vier, im BR Fernsehen. Arbeite sehr viel als Sprecher, eben hier auch für die Inhorgenta, die offiziellen Podcasts und bin als Coach und Trainer unterwegs. Das sind so die drei Standbeine, von denen ich mich ernähre. Super, vielen herzlichen Dank, lieber Michael und viel Spaß noch. Aber sehr, sehr gerne. Und wenn ich mir dich so anschaue, da könnte ein schönes Schmuckstück auch nur unterstreichend wirken. Wunderbar. Danke. Ciao.